Es ist Mittwochmorgen, vielleicht. Ich liege in meinem Bett in der Dunkelheit unter den vier Decken und obwohl ich vor zwölf ins Bett gegangen und um acht erst aufgestanden bin, glaube ich, dass ich gleich wieder schlafen werde. Der Grund ist die Entkräftung, die ich immer nach einem Kotzprozess erfahre und gestern Abend war es nach rund einem Jahr, wenn ich es richtig erinnere, wieder einmal soweit. Ich hatte mir nach der Pilatesstunde, in der mir bei einer Übung auf dem Ark der Rücken hochgegangen ist, vom Ende ein Mittagsgericht mitgenommen und zu Hause ohne Begeisterung gegessen. Fraß es gar nicht gierig wie ein Tier auf, wie ich es sonst tue, sondern schob die Aluschale mit einem Äh schmeckt nicht beiseite.